Ihr seht, ich sitze im Auto, werde also gleich wieder mein Leben riskieren, indem ich mich in das Kriegsgebiet wage. Das Kriegsgebiet, Gott sei Dank weit weg von der Ukraine und den vielen, vielen anderen Krisenherden, von denen gar nicht mehr gesprochen wird die letzten Monate, sondern ein Dauerkriegsgebiet. Die deutschen Straßen und ob es auf anderen nicht eventuell noch schlimmer zugeht. Ich weiß es doch gar nicht. Gibt da so Gerüchte? Wie auch immer, es ist kriminell. Dein Leben, deine Gesundheit oder Leben und Gesundheit anderer Menschen, ach komm. Wichtig ist doch mein Ego. Wichtig ist doch, dass ich mich durchsetze. Dass ich die anderen wissen lasse, da bin ich der König. Auf dieser Straße bin ich der König.